Freude Allerdings sollte man geben Acht, denn falsche Freunden höhlen in man Nacht. Beschaulich verläuft der Abend, als stand Friede vor der Tür und lässt mich werden ahnen, was brennend für mich für und für. Die Lichter werfen ihre Schatten, doch es gibt grüne Matten, auf denen ich mich ausruhen kann. Besinnig werde ich heute, als wenn ich mich etwas reute, das ich selbst nicht kann verstehen. Wie wird es weitergehen? Lass mich doch vertrauen auf Kräfte, die mir unbekannt. Was führt uns durch die Welten Land? Ich möchte wissen mich an der Hand, die mich geleitet durch Sorg und Mühe. Und immer mahnen, spät und früh, dass unser Leben ist nicht umsonst. Dezember 1967, Anne-Marie Schölzke Und das heißt, es ist ein bisschen zu sehen, dass es nicht umsonst. Untertitelung des ZDF, 2020